Mario Kart 8 So, da sind wir bei Mario Kart 8. Das geht weiter mit dem nächsten Cup. Grand Prix, 50 Kubik. Und der neue Charakter ist... Metal Mario Oh, den will ich glaube ich mal ausprobieren jetzt Gibt es Luigi, oder? Nein. Dann nehme ich normalen Mario. Du bist nicht Baby Mario. Oder eine Außenschwenke. Egal, ich schaue nur jetzt. Und? Das neue Teil ist... Rennwagen. Na toll, das wird bestimmt richtig schlechtes Handling oder sowas haben. Ja. Oh, nee. Oh, ich habe schlechteres Handling als du. Mal gucken, wie das mit dem anderen aussieht. Ja, was ist eigentlich besser? Handling oder Haftung? Was soll besser sein? Beides sollte eigentlich besser sein. Äh, besser. Das Handling müsste ja nicht gut sein. Die Haftung war hier bei dem Rennenauto. So, hier bei dem ist am besten. Wenn die Haftung wäre, muss eigentlich die Handling auch höher sein. Nehmen wir auch mal dieses Rennbike. Wie ist denn bei dir? Und guck mal, bei dir ist es besser. Nee, ich nehme wieder, ich nehme wieder... Oh, nein, 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 nein. Ich nehme wieder... Der Lütik. Okay. Mit dem kann ich am besten umgehen. Guck mal, jetzt musst du erst laden. So, ich nehme wieder die gleiche Kombination, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch einen Gleiter. Weil der Gleiter ist eigentlich egal. Ich nehme einen Vario-Gleiter. Der Gleiter macht jetzt nicht so viel aus. Und es geht weiter mit dem Panzer Cup. Das sind alles Retro-Strecken, oder? Ja. Okay, dann dürfen wir uns ja beide... Die erste Strecke habe ich mich aus Versehen schon gespoilert. Die kenne ich schon. Die kennen wir schon. Ah, ein Kumu. Wie, Kumu, Weide. Cool, Alter. Richtig geil, ne? Geremaked. Sieht einfach viel, viel besser aus. Das ist unglaublich, ne? Ja. Guck mal, der Start mit so Holzbrettern. Wir schaffen nie einen Komisch. Das kann nicht sein. Ah, Metal Mario fällt auch mit, ne? Ich hab überholt. Ja, natürlich. Jetzt weiter. Die Strecke kenne ich natürlich sehr, sehr gut. Das ist genau, wie man das fahren muss. Guck mal, die Musik wurde auch gemacht. Guck mal, hier wurde auch ein bisschen was verändert. Da ist die Mühle. Uh. So, da haben die einen so einen Haufen weggenommen. Reicht cool. Fahne. Ich hab ja auf der Wii einmal so gehackt. Und da hab ich mich da so umgeguckt. Und da war ja so wenig. So, diese ganzen Häuser da. Und diese Details waren ja gar nicht. Oh, der zu Münzen. Ach, wow. Ja. Scheiße, die Kuh. Ja, da sind wir natürlich erst und zweiter, ne? Das ist klar. Haha, der hat die Kuh getroffen mit dem Brüderband, den ich so hochgegeben. Ja. Die Kuh, oder der? Ja, die Kuh. Haha, die Kuh. Oh, vielleicht liegt's doch an den Strecken. Ja, du bist doch hinter mir natürlich. Ist klar, Mom. Ja, natürlich. Eigentlich ist man da viel höher geflogen. Bei dieser Einstelle. Ja. Ey. Nee, oder? Oh. Ist jetzt mal so gut und so ein perfekter Part eigentlich, aber auf einmal. Die Musik hörten. Haha, richtig schnell. Ja. Da komm ich ja gar nicht mehr mit. Ich hör lieber Schlager. Ja. Die sind schön langsam. Nee, Spaß. Woho. Und hoffentlich spackt diesmal der Kommentar nicht ab. Hast du vorher getestet, ne? Ja. Du willst mich jetzt so irgendwie. Das wär lustig. Hier, ich darf. Ich geb dir ein Panzer öffnen. Stopp. Hab ich nicht gemacht. Schade. Ich geb dir ein Panzer. Sehr gut. Ja. Ich find die Retro-Strecken auch sehr, sehr gut. Es ist nicht so, dass ich irgendwie die Retro-Strecken jetzt doer finde als die neuen. Sondern ich find die Retro-Strecken auch sehr gut. Mindestens genauso gut wie die. Ich find die neuen Strecken ein bisschen besser. Oh. Oh. GbR. Marius Pistol. Seht er so nach oben. Geh ich aber nicht. Ja, du hattest glaub ich auch kein Game World Wands, oder? Oh. Du auch nicht, oder? Nee. Zu dem Zeitpunkt hab ich noch nicht gelebt, glaub ich. Ich hab die mir am Release gekauft, weißt du? Game World Wands. Ja, wer weiß. Da hab ich zwar noch nicht gelebt, aber egal. Du hast vielleicht deinen Vater. Ja. Ich hab aber grad gesagt, ich hab mir zum Release gekauft. Geht eigentlich meinen Vater auf und meine Mutter. Wer weiß, der ist in den Vater auf und meine Mutter. Nein. Irgendwie nicht. Ich glaub nicht, dass es hier vorher schon so war, dass es dann nach oben ging, oder? Boah, hast du das? Nein, das ist aber Bowser. Der trifft mich auch nicht. Boah. Mann. Ey. Guck mal, da ist ein Stunt dran, was du hier sehen. Ja. Okay, noch ein Trocken. Wie komm ich hier mit dem Retro Strecke für besser klar? Ich weiß nicht. What the? Irgendwie einfacher. Ich glaub, ich kann hier schon mal spoilern, es gibt noch eine Wii Strecke, die geremakt wurde. Aber ich sag nicht welche. Ja? Ja. Du wirst jetzt nicht drauf kommen. Oh nein. Hä? Ja, woher soll ich das denn wissen? In Ordnung. Guck mal, Morten. Ah, das war Morten. Guck mal, wie der Schuh wieder angehalten ist, ey. Ich hab schon wieder 10 Münzen. Ich hab schon wieder 10 Münzen. Oh, scheiße. Scheiße. Nein. Was? Ich hab mal ganz kurz A losgelassen aus Versehen. Und dann bin ich sofort stehen geblieben. Ja, mir passiert das nicht aus Versehen. Was? Dass er stehen bleibt. Hä? Natürlich passiert das. Ja, das ist ja zum ersten Mal passiert, wer ich lüften, Leute. Ja, lenkt doch. Ich dachte, ich nehme eine coole Abkürzung. Nein, der lenkt überhaupt nicht. Mann. Wo bist du denn? Ja, das funktioniert. Du merkst schon. Oh, gleich gewinn ich, Alter. Ja, der nimmt sich noch ein Item oder was? Ja, richtig schlau, ne? Hä? Er fährt weiter außen und trotzdem schneller. Ist das dumm oder so? Kann sein. Ja, okay. Nächstes Rennen. Oh, DS, Cheap Cheap Strand. Ah, ja, ja. Den kennen wir ja. Den kennt, glaube ich, Paul Meister noch besser als ich. Das kann durchaus sein. Und? Ist das bestens gut gemacht? Wie macht er das? Das gibt ja sehr viel geilere Grafik als auf dem DS. Ja, hier sind wir auch von Game of the Wands, die einen Unterschied sehen müssen. Scheiße. Zu spät. Ich weiß, das ist so ein Zentimeterpixel. Was? Zentimeterpixel? Was war das denn? Ich hab zwar kein Item bekommen, aber dafür hier schön erster. Summer. Haha. Oder was? Ja, hallo? Ist du ja behindert? Wieso haben alle so einen Panzer? Die Musik. Nee, wir hatten ja nur zwei so einen Panzer. Aber wie möglich hat nichts. Wir haben so einen Wichter mit der abgeschossen. Verstehe ich nicht. Logik hoch sind. Ja. Oh. Oh, ernsthaft jetzt? Tja, den hab ich gleich zweimal geschnappt. Oh. Oh. Da zieht sie sich. So. Na, ich buchen sie normalerweise nicht. Was? Was? Diese Pfützen? Ja. Scheiße. Alter, ich hab zu lange losgelassen. Das sind so viele Dinge. Ja. Das sind so viele Dinge. Ich darf noch einmal schießen jetzt. Ich darf noch einmal schießen jetzt. Auf dich. Dann bist du halt weg, glaube ich. Ja, okay. Oder so. Fahr doch schneller. Die Panzer ist trotzdem auch noch so groß. Du meinst doch nicht mehr. Ich bin einfach richtig nervös irgendwie. Ja, merke ich schon. Weil es so knapp ist. Hä, ich hab den nicht losgelassen. Man. Naja, sicher nicht. Nein. Das hat eigentlich mal überhaupt nichts gebracht, ne? Ja, das freu ich mich aber. So. Erstmal deinen alten Blatt. Ey. Das überholt ihr mich einfach? Tja, ganz schön du heißt. Ja, wieso konnte er mich ja nicht überholen? Mann, wieso ist denn der da jetzt schon wieder? Was soll ich denn denn auch überholen? Der nervt irgendwie. Alter, mach doch ein wie, äh, ein Stunt. Alter, ich fang immer, ohne es zu merken, an zu wackeln. Ja. Übrigens, wenn der Bedingungsanleiter steht, wenn man sowas unfreiwillig macht, quasi, wenn was unfreiwillig passiert, dann soll man sofort aufhören. Nein. Bitte überhol mich nicht. Doch. Ja. Erster. Ja. Alter, ja. Ja. Oh, ja. Erster noch geworden. Oh, sehr. Alter. Ja, ich bin so nervös, Alter. Alter, Hilfe. Kannst du wieder aufhören? Okay, mein Meister. Tut irgendwie so, als gings um sein Leben oder so. Ja, wirklich. Das, was du gerade gemacht hast, würde ich machen, wenn es um mein Leben geht. Aufstehen und rum. Ja, wenn es darum geht. Ich würde wegrennen. Hä? Wenn es darum geht, wenn ich Erster werde, dann lebe ich weiter. Und wenn ich Zweiter werde, dann lebe ich nicht weiter. Ach so. Verstehst du? So, dann würde ich so, oh, oh, zum Glück so rummachen. Aber nicht, wenn es irgendwie einfach nur aus Spaß ist. Was ist das? Trotz Autobahn, N64. Ja, okay. Letztes Rennen. Weil das sind in den anderen Spielen auch so, dass es nur gemakte Strecken anliegt? Hä? In den Retro Cups. Aber waren das vorher auch schon Retro Cups, oder? Nein! Das waren die Nitro Cups. Hä? Häh? Auch Nöö... Wer hat dagegenANGS quarter Konsole? Der scheißt denn jetzt... Okay, über die Strecke kenne ich mich nicht so gut aus, den kenn ich ja gar nicht. Ich kenne die auch überhaupt nicht. Ist gut übrigens, ja. Ich will noch mal sehen, wie gut die Qualität dann ist, wenn man quasi allein spielt. Das ist ja noch mal besser. Also dann hat man ja doppelt eine hohe Auflösung quasi. Zwischen dem Auto sind ich durch. Voll schön. Voll so ein Laster. Oh, oh. Oh, war das knapp. Das ist knapp hinter mir, wie es aussieht zumindest. Aufwahl, die sind 50. Was willst du denn machen? Bei dir sind so eine... Da warst du mit weg, ne? Ja. Was machst du denn da? Ja. Was machst du denn da, hm? Kannst du mir ruhig sagen. Ja, jetzt wird's überholen. Das ist schlecht. Das war noch gut, würde ich sagen. Wow. Sehr, sehr geil. Riesenbiss. Das war noch gut, würde ich sagen. Wow. Sehr, sehr geil. Riesenbiss. Ja. Mehr eine presse. Ja. Wieso kriegt er...? Twee dich nicht, meine Hörde. Dann guck doch auf meinen Bildschirm. Ja, kann ich ja nicht mehr lenken. Achso, dann geht das nicht. Die Innenkurve will man nehmen, ne? What's that? Gut, Zweiter ist immer noch gut. Ist immer noch Erster. Wir sind gleich geblieben. Okay, du hast doch gewonnen. Was gibt's denn zu meckern? Ich meckere gar nicht. Okay, das freut mich. Ich war gar nicht mehr so nervös. Guck mal, ist das noch eine Strecke? Ich glaube, das war schon. Guck mal, nur 15 Minuten. Ich glaube, der Zeiger ist ein bisschen verzögert. Da habe ich richtig gesniped. Guck mal, die Räder sind auch so sandig. Da sind jetzt auch so ehrlich. Echt? Ja, das sind auch so wenig. Weil ich gerade erst reingefahren bin, glaube ich. Zweiter, Erster, Erster Zeit. Sehr gut. Ja, stimmt gar nicht. Also okay. Werde ich auch nicht. Das sind jetzt nicht. Oh, sorry. Du hast einen Bananen-Cup freigeschaltet. Du hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Du hast 250 Münzen gesammelt. Du hast ein neues Fahrzeugteil. Der ist nun verfügbar. Nein. Ja, und das weiß es halt nur einen Stern. Oh. Ja, dann geht es im nächsten Part weiter mit Online-Action. Und danach geht es weiter mit dem nächsten Cup. Also dann bis im nächsten Cup. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. disclos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020